So Leute, meine Haare sehen heute wieder wunderschön aus. Ja, also, auf YouTube existiert ja seit einigen Monaten ein etwas seltsamer Trend, der sich da nennt, ich bade in sonst was, ja, und ich habe mir einfach mal gedacht, annäßt dich meiner 50 Abonnenten. Ich nehme den Trend mal und zerstöre den komplett und mache was Neues draus. Und deshalb mache ich heute für euch folgendes. Ich schlafe heute für euch in Büchern. Ja, die habe ich ja, jede Menge. Ja. 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 Ja Ja. 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 Oh, das ist gut gesetzt. Jut, dann würde ich mal sagen, Gute Nacht. Ja, so Leute, kann man es sehen. Gut, liegt jetzt hier in einem Haufen Bücher. Ja, was macht man so? Was machen YouTuber so, wenn sie dann in einem Haufen Bücher liegen? Ja, Konsistenz testen. Ist ein bisschen durchig. Da ist ein Baupenfühl draufgegangen. So, riecht nach Papier. Fühlt sich Papier an. Ich glaube, das ist Papier. Ja. Und dann werde ich mal versuchen, hier rauszukommen. Ja, gibts diesem Video einen Daumen nach oben. Nein, gebt diesem Video einen Daumen nach unten. Nein, das ist, komm. Das macht keinen Sinn. Ja, gebt diesem Video einen. Dann kauft euch dieses Buch hier. Ähm. Habts noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ja. Ja. Ich wüsste keinen Grund, warum ihr diesem Video einen Daumen hoch geben solltet. Gebt diesem Video einen Daumen runter. Bei 80 Daumen runter mache ich das nochmal mit was anderem. Dann schlafe ich in Kuscheltier. Egal. Haut rein. Ciao, ciao. ...